Nichts nützliches haben die hier dabei. Furchtbar ist auch das. Ein Zaubertrank. Willst du hier lang? Da ist auf jeden Fall eine Pfeile. Ja. Guten Morgen! Ist hier noch jemand? Hallo! Mann! Jetzt! Ja, dann musst du erstmal... Oh, warte, hierherkommen. Zack! Das war's mit dir. So, durchsuchen. Äh, hallo? Durchsuchen. Zaubertrank, sehr gut. Ihr könnt euch meine Macht. Äh, durchsuchen. Kann ich nicht, na, das ist ja schade. Zwar man kann, ich kann hier nichts. Ich bringe euch um. Äh, hier ist ja irgendwo die Falle gewesen. Oh, ja, ne, ich geh wieder zurück. Hopp! Ich muss ja mal hier gucken, mal da gucken. Oh, was ist das denn? Eine Schatulle. Auf der Schwierigkeitsstufe Adapt. Das wär easy. Mit Gold, Magnus, Amethyst und einem Ring. Und eine Truhe auf Novize. Na komm. Na komm. Jedoch. Wenn... Wenn... Nicht... Na, brauch ich nicht. Wenn... Schlösserknacken wirklich so einfach wäre, denn wäre... Es ganz schön einfach. Ich glaube, dann wäre keine Wohnungssicher. Aber wir haben ja zum Glück sichere Schlösser. Ein Ochgeschrechelm. Es kam schon schwer. Ansteine... Schlagnostung. Ähm... Zieh Nebelheim. Äh, komm her, Ilya. Ach so, da bist du schon. Ich gebe euch Deckung. Was soll ich nehmen? Äh, ich hab noch was Schönes für dich. Und zwar. Wo ist er denn jetzt hin? Er Internet, nicht mehr Schießkunst. Ne, das weiß ich nicht. Ochgesch obtain. Bitte schön... ...höhön.. Ja! Okay! Ziel diebelheim. Wo ist passiert mit mir? Ah Gott! Was ist das? Ich steck mal meine Waffen weg, vorsichtshaber. Oh, sieht das hier romantisch aus. Und schön. Wunderschön. Oh, eine... Ein Käfer. Ein Käfer. Oh, wie schön. Ein Käfer. Ich lasse ihn ziehen. In Freiheit. Hallo, Freunde. Hallo. Da seid ihr ja. Ich hab schon befürchtet, ihr schafft es nicht. Doch, doch, bin da. Was ist... Was für eine... Was für eine Riese... Was für eine Reise. Wo sind wir? Ich dachte mir schon, dass ihr euch vielleicht nicht an eure erste Reise hierher erinnert. Wie hat es eine große Nacht? Den Stab habt ihr euch redlich verdient. Ich habe alles, was für die Reparatur nötig ist. Oh, die Hexenrabenfeder und so weiter. Das Zeug wird er wegwerfen. Bis hier... Bööö. Das war eigentlich nur ein Vorhaben, um euch hinaus in die Welt zu schicken, damit ihr gute Laune verbreitet. Und genau das habt ihr getan. Ich bin seit mindestens 100 Jahren nicht mehr so gut unterhalten. Das war also alles nur ein dummer, junger Streich? Nee, wer seid ihr? Ich bin Sanguine, der derdrische Prinz der Ausschweifungen. Ich weiß, ich weiß. Wie konnte ich euch nur belügen? Aber wie hätte ich euch trauen können, bevor wir ein wenig miteinander gezächtert haben? Erstmal. Aber es wurde mir schnell klar, dass ihr einen interessanteren Träger meines nicht ganz so heiligen Stabes abgeben würdet, als dieses Häufchen Trübsal. Ich bin ehrlich zu euch. Ich überdenke meine Entscheidung nicht immer gut. Aber ihr, ihr habt Großes vor euch. Vielleicht könnte euer alte Onkel Sanguine dafür sorgen, dass euer Kurs sich ein wenig ändert. Danke, glaube ich. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Aber ihr solltet jetzt gehen, es macht keinen Spaß, euch hier mit dem Stab einzusperren. Okay. Und, badoom! Wird der Volk, wo bin ich? Achso, wieder ein Weißlauf. Schön. Und was ist das nun für ein Stab? Ich bin... Sanguine zur Rose beschwert für 60 Sekunden. Dremoa. Deme man sich. Okay. Es ist mein, ich bin... Mein Scherz. Was? alle Zeit Prozent Prozent nach der Verbreitung und schwinglich aus man ist der Kuh aber erst mal muss ich weiter gehen zum spät Körscher schneller das schaffen kam das wird eine lange Reise ein langsamer langer Reise komm schon das muss doch schneller gehen los die Verkäuferin ist ganz klar wie spiel ist es denn nein zwei Stunden muss noch warten zack zack alles klar da hinten ist die Kaubau und kommt zu mir kommt zu mir kommt zu mir kommt zu mir ich will dir was verkaufen um ich habe was für dich ich habe hier ich sage nicht dass ich den Bordel her Gottforscheid ich habe etwas für die das hier das hier um die 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 ihn kann ich vielleicht noch ein Zauberer 68 wir sind viel das er ist der Liederstreifen Zimmer dann gehe ich jetzt dann gehe ich jetzt dann gehe ich jetzt wohin gehe ich denn jetzt du siehst wunderschön aus was ich gehe jetzt ich gehe jetzt ich gehe jetzt ich gehe jetzt wie ich den Händen der Zugriff in die Nacht Riesenhörungen und dann in der Wartezeit hat Frau es ist ein wundervolles Haus ich weiß es mache ich einen Laden auf wenn ich beschäftigt wenn ihr unterwegs seid Prozent mir etwas zu kochen würde es euch hätte etwas ausmachen mit etwas zu kommen das ist frisch morgen koche ich euch wieder etwas und der Fossel anscheinend gar nichts okay ganz schön ich habe eine tolle Frau sie kocht mir etwas nun lecker 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 und 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 um jetzt werde ich erst mal was für dich der Beine und ich hab's so wieder total vergessen das wollte ich tun Prozent hallo das ist mehr er ja mich und die sind ja es geht ab bei was am gar nicht auch ich glaube und wenn er was zum Zeug zu stehen das zu stehen Korreia war ein Jahr ich gehe bei Steckung das sollte er gibt mir mal die KTB die das die Mertz die Gäste das kann zu halten so Bekleidung dann gebe ich eben das Jahr geben und hier kommt die Orkische Rüstung hin das heißt die Orkische Heben als erstes Römer Moment bei der Hämiebricht besser als meiner ich kann jetzt werden müssen aber oder meint ist kann so war ein Stimmen zum Gegenstand entzaubern achten kann ich doch entzaubern ein Stück das jetzt aber ein bisschen siehst du ja schon ich hatte es aber mit es wird ein großer manche uns heilen uns entscheiden zu lange die moderne stehen brennt das ziel 14 sekunden also als blöd hier das alles das war scheiße ich nehme forscher ja ganz 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 viel den stellen gewöhnlicher sechtern durchdreicht und herstellen bei der blu so kann ich noch ganz ganz viel verzaubern zu erlosen zaubern mit ausdauer regeneration verstärkten gift resistenz zu verstärken magiker in der reaktion das hier mit einem kleinen seelenstein badeboom zwergstiefel verzaubern mit zweihändig Prozent einhändig verstärken das ist auf jeden Fall wichtig um kleinen seelenstein und herstellen jährige erster mit Verzauberung verbessert okay dann verzauber ich einfach mal eine Spitzacke weil ich kann ähm mit ausdauerschaden ja passt schon ja seelenstein kleiner seelenstein nehmen ne winziger seelenstein reicht aus äh goldene heizkette verzaubern mit einen einhändig verstärken zack und level up klaren seelenstein soviel verzaubern wie geht dadurch kann man mächtig viel skill deswegen sind diese ganzen Ringe auch nicht die können nicht verzaubert werden so Gegenstände auch sehr wichtig die ganzen Ringe die man findet um Verzauberung zu üben wenn so einhändig verstärken alles klar denn dadurch habe ich gleich eine neue Stufe erreicht was sehr schön ist und ich gehe mal auf Gesundheit Schmiedekunst Schwerrüstung Blocken Zweindig okay sehr schön mehr Schaden so mag ich das mehr Schaden ist mehr Schaden ist mehr Schaden kann ich jetzt noch etwas machen? nö dann ah mein Zwergschild guter alter Zwergschild mhm ja bitte so hallo ich warte traine in own-handed weapons äh naja weiß mich kann ich beim rausgehen hier noch machen ähm was gibt es hier noch so ach die beiden hier 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 gab es noch hier gab es noch die ganzen Steine hallo ok dann traine ich mal einhändige Waffen wo war er denn ach so da hallo drachenrüstungstyp ja aber train so wie viel geld habe ich zack 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 ok ob ich jetzt bei dem trainiere oder bei irgendjemand anderem ist ja wirklich egal so auf nach prisoner zack 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 stufen anzählen jetzt sitzt er auch nochmal da drüben na gut hallo chef ok jedes Verstandsum verfügt über seine eigenen Strafverfolgen so mag ein Weißlauf gesuchter Verbecher beispielsweise Einsamkeit als unbeschallter Bürger gelden das ist doch mal nett 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 nett